Hallo und herzlich Willkommen zu Homöopathie einfach erklärt. Ich bin Petra Merker, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie in Darmstadt und im heutigen Video geht es um das chronische Müdigkeitssyndrom oder auch ME-CFS. Das chronische Müdigkeitssyndrom oder auch ME-CFS ist schon seit dem Jahr 1955 bekannt. Da Ärzte keine Behandlungsmöglichkeit dafür haben, wurde die Erkrankung die ganzen Jahre über in die psychosomatische Ecke geschoben. Durch die Corona-Pandemie sind jetzt noch mehr Menschen von dieser Krankheit betroffen, sodass die Krankheit jetzt mehr Aufmerksamkeit erhält. Doch leider kennen immer noch viel zu wenige Ärzte sich mit dieser Erkrankung aus und kommen so zu Fehldiagnosen, was für die Patienten eine jahrelange Arzt-Odyssee und viel Leid bedeutet. In diesem Video gebe ich einen Überblick über die Erkrankung. Da ich eine Impfung in diesem Zusammenhang anspreche, findet ihr das Video insklusive wertvoller Informationen für Betroffene auf meiner Homepage, die ich euch unter dem Video verlinke. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und viele neue Erkenntnisse und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss!